Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir begrüßen Sie herzlich auf diesem YouTube-Kanal. Die gegenwärtige, pandemiebedingte Situation stellt außergewöhnliche Anforderungen an Ihre Lehre. Vor allem die Gestaltung multimedialer Distanzlernangebote verlangt von Ihnen, sich in einem Maße mit der Digitalisierung Ihres Unterrichts zu beschäftigen, das weit über das bisheriger Präsenzangebote hinausgeht. Vielleicht binden Sie vermehrt Videos, möglicherweise auch Selbsterstellte in Ihren Unterricht ein, nutzen gemeinsam mit Ihren Schülerinnen und Schülern Computerprogramme oder greifen auf digitalisierte Materialien zurück, die Ihnen heute zahlreicher denn je zur Verfügung stehen. Möglicherweise stellen sich allerdings die Frage, anhand welcher Qualitätskriterien geeignete Materialien und Programme identifiziert werden können und welche Grundsätze bei der Gestaltung eigener medialer Angebote zu beachten sind. Eine sinnvolle Orientierungshilfe bieten lerntheoretische Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung. Denn unabhängig von Besonderheiten Ihrer digitalen Distanzlernangebote gilt, immer geht es um eine Kombination von Bild, Text und Ton, deren Auswahl und Gestaltung an den Gestaltungsprinzipien multimedialer Lernangebote ausgerichtet werden sollte, damit das Lernen gefördert wird. Aus diesen Grundsätzen lassen sich einige basale Prinzipien für die Gestaltung von multimedialen Lernmaterialien ableiten, die auch für deren Auswahl genutzt werden können. So selbstverständlich und einfach diese Prinzipien erscheinen mögen, so ausschlaggebend können sie aber dafür sein, dass die Informationsverarbeitung erschwert oder erleichtert und damit das Lernen verhindert oder begünstigt wird. Diese Prinzipien gelten für alle Lernszenarien mit einem hohen instruktionalen Anteil, in denen die Lernenden wenig Vorwissen haben. Möglicherweise sind Ihnen diese Prinzipien bestens bekannt. Vielleicht gibt Ihnen Ihre Bewusstmachung aber dennoch eine hilfreiche und entlastende Idee für die Gestaltung Ihrer multimedialen Distanzlernangebote und die Wahl Ihrer Materialien aus der Vielzahl des Vorhandenen. Mit den folgenden Erklärvideos bieten wir Ihnen einführende Informationen zu diesen Prinzipien an. Nach einer kurzen Erläuterung der theoretischen Grundlagen dieser Prinzipien, der Cognitive Load Theorie von John Sweller und seinen Kollegen und der kognitiven Theorie Multimedialen Lerns von Richard E. Meyer, stellen wir Ihnen insgesamt zehn Prinzipien anwendungsbezogen vor. Die Erläuterung der theoretischen Grundlagen halten wir dabei für wichtig, um die Gründe für die Prinzipien, die in der kognitiven Architektur von Menschen liegen, nachvollziehen und diese Prinzipien flexibel auf ihre Vorhaben übertragen zu können. Grundsätzlich, wenn auch mit der gebotenen wissenschaftlichen Zurückhaltung, lässt sich annehmen, dass Ihr Medieneinsatz umso lernförderlicher ist, je genauer Sie die zehn Prinzipien und damit die kognitive Architektur der Lernenden berücksichtigen. Insgesamt stellen diese Erklärvideos ein Angebot dar, das sich auf zwei ihrer Kompetenzen bezieht, die in der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt beschrieben werden. Zitat 1 Wir wünschen Ihnen viel Freude und hoffentlich hilfreiche Erkenntnisse beim Anschauen der folgenden Videos.